Herzlich willkommen meine YouTube-Abonnenten und Leute, die es vielleicht noch nicht sind. Ich habe mich mit dem lieben Angry Apple heute mal zusammengesetzt und ein bisschen Black Mesa aufgenommen. Das kennt ihr bestimmt, ist auf Steam erhältlich, ist so ein Half-Life 1 Remake. Macht richtig Spaß im Multiplayer, wenn genügend Spieler vorhanden sind. Eigentlich wollten wir ja Tom Clancy's Rainbow Six Siege Beta aufnehmen zusammen. Aber das hat wohl Ubisoft nicht hinbekommen, uns die Keys zu geben. Und ja, gerade vor 22 Minuten habe ich den Key erhalten und jetzt lade ich gerade das herunter. Naja, zum versprochenen Zeitpunkt haben sie es nicht geschafft. Aber egal, das nehmen wir dann irgendwann anders auf. Und jetzt will ich euch noch kurz den Kanal vom Angry Apple zeigen. Das wäre der hier. Er spielt zur Zeit Mad Max, schon bei der achten Folge. Er macht sehr qualitativ hochwertige Videos, hier auch in Black Mesa Let's Play. Schaut einfach mal vorbei. Er ist auch noch ziemlich klein, so wie ich. Also nicht von der Größe her, sondern von den Abundenten natürlich. Und dann will ich sagen, Schluss mit diesem scheiß Werbeblock und auf geht's zu Black Mesa Gameplay. Ja, ja, das ist ja toll. Wo ist der Key eigentlich her? Von NVIDIA oder? Ja, ja, von NVIDIA. Okay. Ja, ich habe schon im Subreddit nachgeschaut. Da geht es scheinbar mehreren Personen so, dass sie die Keys nicht bekommen. Wir haben sie ja, aber irgendwie muss man ja... Ah, ja, 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 aber dass sie das Spiel nicht aktiviert bekommen von Ubisoft. Also, dass es nicht spielbar ist. Ja, 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 ja. Irgendwann vielleicht. Hm. Als ob ihr nur... ...Denksspieler drauf sind. Oh, Server is changing level. Warum denke ich gerade an Unterhose, wenn ich den Namen lese? 3, 2, 1, um! AHH! Oh, komm! Ich hab dir, glaub ich, nen Headshot gegeben oder so. Kommt gut sein, ja. Irgendwie ist hier gar keiner. Ja! Wenn man vom Teufel spricht. Mist. Ich hab keine Weapons mehr. Nee. Nein. JOO! Hör auf nachzuladen! Ha! Jo, auch gut. Passt. Läuft. Bist du gut, oder? Ich sollte das in der ESL spielen, finde ich. Jo. Gute Idee. Ha! Wrecked. Mh, 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 mh. Menschen. Oh, hier ist ne Shotgun. Wow. Ah, ich bin runtergefallen! Ah! Ah! Oh, Mensch. Jetzt hat der mir den Pill geklaut. Was? Oh! Oh, hier liegt direkt der Revolver. Ah! Doppelkill! Hast du doppel, äh, ähm, Schuss gemacht? Ne, 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 das war, das war der einfache. Ich sehe niemanden. Ich auch. Hallo? Ja, ja, früher war alles besser. Wir haben noch mehrere Leute gespielt. Das ist wirklich schade, weil zuerst war das Spiel so gehypt und jetzt ist gar nichts mehr. Alter, das ist doch nicht wahr! Wo sind die? Oh, da haben wir einen Railgun. Wo sind denn die alle? Hallo? Ich höre die ganze Zeit Schüsse, sehe aber niemanden. Hä? Was? Oh mein Gott, schießt der von unten durchs Gitter? Ich bin mega... Wow, da sind nur noch fünf drauf. Ja, cool. Wo bin ich denn jetzt hier? Ist ja mega dunkel. Ich glaube schon, ja. Kann sein. Wreckt. Ich bin so scheiße grad. Bist du das öfter? Ne, eigentlich gar nicht. Ja, ja. Aber in CSGO bin ich ziemlich gut, vielleicht hat das was damit zu tun. Ich bin da ja auch nicht scheiße, nur ich bin gerade scheiße einfach. Ich hab doch so'n Anzug an, oder? Wow, 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 wow. Ha, 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 ha. Was hast du wie ne Waffe? Ich wusste es! Nein! Hä? Schießt du auf den Kopf, oder? Auf... Ja, ich ziel so ungefähr auf den Kopf und hab gesumt. Ah, ja, so. Ja, damit geht's einfach... Nimm über meine Leichen! Hier kommt ne Rockete on! Wohoho. Okay, meine Glan ist leer. Au! Der Staubsauger ist sogar powered, Junge! Das ist voll happy ist das Teil! Einfach! Ich cap hier aber auch nur rum! Jetzt weiß ich wenigstens wo du bist. Du mit dem Staubsauger! Sag ja! Mega über Fahrt das Teil! Oh, joi, 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 joi! Jo joooo, joooo! .. ein hoch hoch die Entschuldigung der Scheiße ich sagte aber nicht wo man das Ding findet ja ich glaube ich weiß sogar ungefähr aber ich hab schon lange nicht mehr gespielt also doch nicht hä lol ich putsch dem einfach hinterher was ist los mit mir oh hier ist der Raketenwerfer hä also sind hier denn nirgends so äh ah hier doch ist voll wieder nicht verrückt oh ho die müssen nene 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 ah scheiße oh wie ist foolish ich komm dir näher ich komm dir hinterher du ja ich krieg dich ey das sind das sind ja lol das sind echt alles aaaah das sind alles so powerup dinge diese leuchtenden lampen hmm grizzly er weiß alles wo die er weiß nochmal wo die waffen liegen glaube ich Hey, ich komm mit meiner Pistole, Junge! Oh, fuck. Was wollt ihr denn hier? Ich bin der Mega-Abfucker. Der Mega-Abfucker. Hallo. Ah! Fress die grad an! Neee! Okay, dann halt nicht, ich fress halt irgendwas anderes. Ja, auch egal. Ja, genau, ist in Ordnung, Spiel! Oh, das ist ein schöner Kack-Stelle spawnen. Kack-Stelle, 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 Kack-Stelle. Jo, als ob das Ding direkt leer ist. Wat? Von wo? Ah! Was? Och, nöööööö! Alter, bin ich scheiße! Aber du bist Vierter. Wow. Ja, der Rest ist ja auch nicht sonderlich gut. Klick, klick, klick. Oh, wer kommt denn da? Oh, wer kommt denn da? Ich seh meinen! Ich seh meinen! Ich seh meinen! Oh! Jetzt nicht mehr. Hallo! Oh ne, der Staubsauger ist schon wieder. Oh ne, der Staubsauger ist schon wieder. Ja, der hat noch zwei. Oh, scheiße! Oh, scheiße! Oh, scheiße! Hey, ich bin Vierter von sechs. Ich finde, ja immerhin, für die Paralympics würde es reichen. Oh! Ja, das stimmt. Das könnte sein. Alter! Oh, erster! Yeah! So. Äh, 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 Fünfter, äh, Vierter. Herzlichen Glückwunsch! Dankeschön. Äh, das ist blöd, dass es nur Deathmatch gespielt wird. Was gibt's denn sonst noch? Ja, keine Ahnung, ich mein, es gibt glaube ich sowas noch wie Capture the Flag oder so. Hotline Miami? Was mit Hotline Miami? Hier ist ein Poster von Hotline Miami. Mit weh? Sind hier ob... Ja, geil! Ja, sind auf jeden Fall sehr viele Spieler heute online. Der ist heute geliftet, wird vorher. Ein Teleporter. Cool. Ist ein Teleporter? Also so ein, so ein Portal. Das müchtige Portal! Oh! Du hast unser Leben gerettet, wir sind dir ewig dankbar! Oh! Kennst du das? Kenn ich glaube ich sogar die Map. Gut. Mmh! Normal, wenn, wenn, wenn so ein... Au! Oh! Hallo! Guten Abend! Guten Abend! Und! Erst, wenn es all diese Ansprüche... Entschuldigung! Dann ist es... Das Auto! Auf jeden Fall sehr spannend! Ja! Oh! Time VG connected from Russian Federation! Oh scheiße! Der hackt bestimmt! Ja! Das stimmt! Please don't hack! Guck mal, was danach wie eine Nachricht kommt! Was ein Zufall! Die Map ist ja riesig! Nö, nö! Sieht nur so aus! Achso! Aber wir sind einfach nur mega klein! Und die Map auch! Oh! Hotline Miami! Könnte auch sein! Du bist bei Hotline Miami? Ja! Äh... Wo ist denn das? Weiß ich nicht! Mist! Jetzt bin ich da nicht mehr! Ah! Ah! Da gibt es sogar mehrere Stockwerke! Mit dem Aufzug! Leul, leul, leul! Der haut einfach ab! Hallo! Au! Au! Du weißt, wenn man rechtlich macht, dann hat man das Ziel-Ding, ne? Ja, aber das will ich gar nicht! Dann halt nicht! Mhm! Ach, bei dem Hotline Miami-Ding ist, ähm... Ja, das Ding! Cool! Hotline! Cool! Ach, cool! Ach, cool! Ja! Hier ist ein Knopf! Hier ist ein Knopf! Ich hab'n Knopf gedrückt! Hier ist ein Knopf! Ich hab'n Knopf gedrückt! Oh mein Gott! Passiert irgendwas? Knöpfchen, Mensch! Ich glaub' nicht, dass da was passiert! Hier, aber da ist ein roter Knopf! Wenn ich ihn drücke! Halla Akbar! Halla Akbar! Halla Akbar! Halla Akbar! Halla Akbar! Halla Akbar! Oh! Was? Nein! Leul! Ah, das... Was ist das? Dafür ist der Knopf! Ach so! Okay! Passt perfekt zu... Halla Akbar! Was ist das denn? Wie witzig ist das? Oh Gott! Mega viele! Die waren im Automaten! Ich hab' ja gesagt, da sind welche drin! Die Automaten sind mega witzig auf der Map! Da ist voll viel Scheiß drin! 衝ig auf dem Klick! Shotgun! Wow! Ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht mehr, die Taste für die Shotgun. Oh, what the fuck. Ist das doof? Was? Jo, wahrscheinlich. Rettet einfach an mir vorbei und killt. Kriegt's nicht mit und ich bin zu blöd, um dich zu killen. Ich hab's echt nicht mitbekommen. Dankeschön. Da hat noch einer B. Was? Jo, wahrscheinlich. Was ist denn scheiß? Einer B. Ich bin noch nicht mal da reingelaufen. Nein! Nein! Mann! Was? Ich war da schon draußen. Jo, ist klar hier. Auf jeden Fall. Wir sind wieder... Ich hab den jetzt mit der Tür äh, zerdrückt. Oh mein Gott, was ist denn hier alles im Raum drin? Stimmt, ja. Oh mein Gott. Hat er Füße und Arme und Gesichter. Ja, so ungefähr. Und den nächsten. Okay, ich muss jetzt, muss jetzt einmal weg hier. Das ist ein Wetterding! Alter, wie schnell soll man denn noch da sein? Ja, das ist unmöglich. Das kannst du gar nicht schaffen. Ich bin jetzt aus dem Raum weg. Nur zur Info. Oh scheiße, ne, ne, ne. Da ist einer im Raum drin und hat's nicht geschafft, den Knopf zu drücken. Perfekt. Ich bin zu schlecht. Copy, paste. Ja, was soll ich mit nur einer Pistole denn anfangen? Weil ich die ganze Zeit sterbe und nicht weiß, wo die ganzen Waffen liegen. Mega der Abfuck. Kannst mich mal. Moss, wo kommen denn die ganzen Snarts auf einmal her? Alter, wo sind denn meine? Oh mein Gott, ja ist klar. Weißt du, da kommen dann Primer Snarts und ich hab meine wieder irgendwie weggelegt. Hier, fress Granate. Eat Granate. Und der Spiel ist zu. So, ich muss jetzt gehen. Ich mach hier meine Abmoderation. Danke fürs Zuschauen, Leute. Schaut auf Angry Apples Kanal vorbei. Und jetzt mach deine Abmoderation. Tschüss. Yo. Ich flachs. Ich verklag Mars. Ja. Da steht nicht drauf, dass man die drei verschlucken kann. Nein, meine Stimme ist ganz in Ordnung heute. Alles in Ordnung. So könnten wir aufnehmen, ja. Gute Idee. Ja.